Hallo liebe YouTube-Gemeinde, ich bin euer Zuckopf und ich heiße euch recht herzlich willkommen, eigentlich nicht mehr, Batman Arkham Knight, folgendes Problem, ich habe folgendes Problem, dass ich das Spiel leider nicht mehr weiterspielen kann, ich weiß nicht wann ich das Video hochlade, aber entweder beim letzten Video was ich habe oder jetzt dann bald, auf jeden Fall ich habe noch ein paar Videos, aber ich werde es nicht mehr 100% zu Ende bringen können, und ganz ehrlich, tue ich mir den Stress nicht nochmal an, weil ich habe da irgendein verkacktes, großes, riesengroßes Problem und ja, ich zeige es euch einfach, ich könnte nämlich schon das Nightingfall-Protokoll starten, wollte ich machen, habe ich mir gedacht, passt, zocke ich jetzt noch ein bisschen Batman, suche noch ein paar Fragezeichen, easy, läuft auch, funkt nicht. Und ich zeige euch wieso, das ist ganz witzig, keine Ahnung wieso, ich falle, ich schleudere durch Gotham und dann bin ich irgendwo hier, weit draußen und das passiert immer und immer wieder und ja, das ist halt wie Batman auf LSD, keine Ahnung. Und wenn ich rausjumpe, dann falle ich trotzdem und irgendwann bin ich tot. Tja, und ich weiß nicht, was ich tun kann dagegen, ich habe echt keinen Plan, ich probiere jetzt ein paar Sachen aus, das wird, es wird kacke, nur raus aus dem Auto will ich nicht, das habe ich schon versucht, das geht einfach nicht, ich kann nichts machen, das ist katastrophal. Das ist echt katastrophal. Wenn ich den Superjump mache. Super, ne? Richtig super. Tja, das Badmobil wird angegriffen, super. Aber ich kann echt nichts machen, ich kann nirgendwo landen, ich kann mich nirgendwo festhalten. Ich habe, ich habe schon versucht, ich habe etliches versucht, es funktioniert, Leute, es funktioniert einfach nicht. Ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Das ist echt ein großes Problem. Ich versuche jetzt mal in die Stadt zu kommen. Vielleicht, vielleicht habe ich ja ein Glück, aber ich denke eher nicht. Das Problem ist, ich weiß gar nicht, wo ich es zuletzt gespeichert habe, dass dieses Problem auftauchen könnte. Ich glaube, auf so einer Boje oder so, weiß ich nicht, bin ich gelandet, habe dort gespeichert. Ach, was jetzt? Er lasst mich ja nicht einmal dorthin. Das Spiel ist echt im Arsch. Ich darf nicht mal nach Gotham. Ich darf nicht nach Gotham, super, ich muss mich, ja super. Was soll ich machen? Batman auf LSD. Läuft auch. So. Versuchen wir so. Und ein Tuch vielleicht? Wäre das möglich? Ich weiß es nicht. Ich möchte zurück nach Gotham. Bitte. Ich habe echt die Arschkarte gezogen jetzt gerade eben. Ich kann nicht mehr zurück und das ist so graslich. Echt. Mir fehlt nicht mehr viel. Mir fehlt echt nicht mehr viel. Ich wollte Whittler machen, wollte ich am Schluss machen. Ich habe schon alles. Also dies, das wollte ich am Schluss machen. Ich könnte das Nightingfall-Protokoll schon starten. Oder warte. Vielleicht war genau das. Ne, bringt nichts. Jetzt bin ich wie auf Drogen. Alfredo, schick mir den Bad Wing. Aber was soll ich tun? Ja, auf jeden Fall wird es leider nicht mehr zu 100%. Kann man nichts machen. Was soll ich tun? Das Problem ist, irgendwann bin ich auch tot. Wenn ich zu tief bin, bin ich tot. Das ist kacke. Okay. Ah, komm schon. Und ich schaffe es auch nicht mehr hoch. Ich habe keine Chance. Nichts, gar nichts. Ich kann nichts tun. Ich kann mich nur fallen lassen. Mal gucken, wie tief wir kommen, bevor wir sterben. Das können wir gucken. Wir sind bei 1000, 100, 100 so. So tief, Alter, so tief. Bald haben wir den Erdkern erreicht. Läuft doch, ne? Ich habe keinen Plan, echt, Leute. Es tut mir echt leid. Aber ich werde es nicht zu Ende bringen können. Schade. Das Spiel war Hammer. War richtig cool, aber ja. Was soll ich machen? Einfach neu? Nein, Leute, nein. Oder vielleicht doch, aber dann dauert es. Ich weiß nicht. Ich sage es wie süß, ich habe echt keinen Bock, das alles wieder von neu zu machen. Irgendwann bin ich tot. Ich weiß aber nicht, wann. Lass mir sich fallen einfach. Das ist wirklich Batman of LSD. Da können wir gucken. Hat doch irgendwas. Schaut doch nicht schlecht aus, aber es bringt mir nichts. Wenn so das gut ausschaut, bringt mir nichts. Ich kann nichts tun, ey. Das ist katastrophal. Ja, und das wollte ich euch halt nur zeigen. Und passt. Gleich bin ich tot. Ich bin bestimmt gleich tot. Das ist eine Katastrophe, oder? Batsy boy. Batsy boy. Batsy boy. Batsy boy. Batsy boy boy. Wie tief geht es denn noch? Batsy boy. Landtod. Ende. Das war es mit Batman. Super. So, jetzt bin ich halt gestorben. Aber jetzt habe ich immer noch ein Problem. Jetzt fange ich wieder dort an, wo ich eben... Ich hatte gehofft, das würde nie so enden. Ja, habe ich auch. Und bin ich in Frieden. Nein, eben nicht. Ich kann nicht mehr in Frieden ruhen. Das ist vorbei mit mir. Ich bin... Ich stecke in einer Endlosschleife fest. Was ich auch versucht habe, was aber nicht zündet, ist ja... Ich starte kurz in Gotham, dann gehe ich unter. Und da habe ich versucht, da schon vorher raus zu jumpen, aber... Das funktioniert auch nicht, Leute. Wir versuchen es jetzt mal. Es funktioniert einfach nicht. So, ich bin in Gotham. Aber das war es. Siehst du, es ladet nicht einmal Gotham City richtig. Das ist das Problem. Es wird nicht geladen. Ich kann nichts tun. Ich kann gar nichts tun. Landing, nichts. Kein Problem. Also, Problem doch. Ich kann nichts machen. Badmobil kann ich auch nicht fernsteuern. Leute, das ist... Das ist scheiße. Ich sage es wie süß. Das ist das größte Scheiße, das es gibt. Ich will jetzt durchzocken richtig. Auf 100% bringen. Und dann habe ich so ein Blödsinn. Ich habe mir wirklich viel Zeit dafür genommen. Alle Stützpunkte. Alle Bomben. Die Fragezeichen habe ich noch nicht alle. Aber wollte ich ja gerade machen. So nebenbei ein bisschen. Aber funktioniert nicht. Das Video ist eh schon lang genug. Passt schon. Das war es. Das ist nur so eine kleine Info, dass Batman nicht mehr weitergeht. Und ich habe jetzt noch ein paar Videos. Ich denke, ich werde es jetzt eh... Ähm... Heute am 13. Vielleicht mache ich es im Morgen. Das kann möglich sein, dass ich es morgen raus habe. Und... Ja. Falls wir ihn interessieren. Ich weiß es ja nicht. Ist ja nur so. Ich habe mir nur gedacht, ich gebe jetzt zu ihm vor. Und bin tot. Passt schon. Habe ich mir nur überlegt, weil... Plötzlich hört es auf und dann geht nichts mehr weiter. Ist ja auch kacke, oder? Wenn Sie erinnern, Master Bruce versprochen. Ja. Die Opfer wird nicht vergeben sein. Ja. Danke. Super. Sexy. Finde ich toll. Bombe. Wirklich. Alfredo. Du bist mein Held. Du bist einfach mein Held. Ich weiß nicht, was ich noch machen kann. Ich habe keine Ahnung, was ich noch machen kann. Komm hoch, Batsy Boy. No, das zündet nicht. Na, jetzt bin ich raus. Na. Ja, Leute. Ne, gut. Es ist was. Es war nett mit Batman, aber geht nichts mehr. Ja. Dann. Danke. Tschüss. Tschüss.